Hallo Leute und willkommen zu einem kleinen Infovideo bzw. doch ein bisschen ausführlichem Infovideo und vor allem mit einem ziemlich wichtigen Thema. Ich meine, ihr habt es wahrscheinlich schon in der Beschreibung gelesen bzw. im Titel. Allerdings will ich noch ein, zwei Sachen sagen. Zum einen, vielen Dank für 2300 Abonnenten. Kommt jetzt ein bisschen spät, ich weiß. Aber da wären wir schon bei Thema 2. Mir ist mein PC total gecrasht. Das bedeutet, ich hatte keine Projekte mehr. Das ist an sich allerdings nicht ganz so schlimm, weil ich hätte sowieso nichts aufnehmen können. Warum, komme ich gleich dazu. Und dann produziere ich jetzt lieber so ein bisschen vor und fange dann ein neues Projekt an und dafür verspreche ich euch, da kommt dann wirklich jeden Tag ein Video. Weil ich habe nächste Woche, ja, mir ist doch ja nächste Woche, ich sollte meinen Kalender mal darüber ziehen, meine letzte Abschlussprüfung. Die Leute hätte ich nicht so viel aufnehmen können. Allerdings Abschlussprüfung, da wären wir schon bei Thema 2. Und zwar unsere Abschlussfahrt, die geht nämlich nach Berlin und zwar in der Woche vom 12. bis zum 18. bzw. ging da bloß bis zum 16. Mai. Und da hat mich ein Abonnent auf eine tolle Idee gebracht und zwar, dass ich so ein kleines Abo-Treffen in Anführungszeichen mache. Also mich mit ein paar Abonnenten treffe. Es wäre allerdings nur möglich, dass ich Dienstag, Mittwoch und Donnerstag dorthin gehe. Und Leute, ihr könnt mir meine Kommentare schreiben, wenn ihr aus Berlin kommt, wann ihr da ungefähr Zeit hättet. Und ich erwarte nicht, dass da wirklich viel mehr Leute als vielleicht 10 allerhöchstens, aber wenn es wirklich ganz gut läuft, 20 Leute kommen. Demnach müsst ihr da jetzt nicht erwarten, dass da ein riesiges Aufgebot ansonsten irgendwas ist. Aber ich habe gedacht, es wäre mal ganz nett für ein paar Abonnenten, die aus Berlin kommen. Rein statistisch gesehen sollten das ja eigentlich ein paar sein, die aus Berlin kommen. Und dann könnte man da so eine Kleinigkeit veranstalten. Ich sollte dazu aber erst mal wissen, wer denn alles kommen könnte. Also wer von meinen Abonnenten bzw. unseren Abonnenten, Janik wird auch dort sein, Chrissy nicht, der steht klasse unter uns, hätte da denn Zeit. Ich werde dann dort übrigens auch ein paar Rouge-Versionen verlosen. Und ja, auf jeden Fall zur Organisation komme ich später noch bzw. im nächsten Video. Ich will jetzt nur eben wissen, wer kann und vor allem wann. Also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und dann sieht man da, denke ich mal, weiter. Das wäre auf jeden Fall ziemlich interessant, so ein Abo-Treffen zu machen. Ich meine, wenn ich mal Abonnenten irgendwo getroffen habe, was nicht oft vorkam, glaube ein oder zweimal war das immer extrem interessant oder auch andere YouTuber. Also denke ich mal, das wäre auf jeden Fall ziemlich spannend. Ich habe da dann ungefähr so drei, vier Stunden Zeit, also da kann man dann auf jeden Fall was machen. Aber ja, wie erwähnt, weitere Informationen kommen noch. So, dann danke nochmal für 2.300 Abonnenten. Nach meinen Prüfungen bzw. nach Berlin wird regelmäßig ein neues Projekt starten. Können Sie wahrscheinlich schon denken, es wird ein Pro-Year-Total War sein. Mit einer auch viel gewünschten Nation. Und ja, also dann würde ich mal sagen, bis dahin. Ciao, Leute. Ciao, Leute. So, ich wünsche, wir haben uns disposable W